Hi, ich bin der Michael Duschhaus, Brubel Outdoors und heute besuchen wir das Ladenlokal von GearJunk. Also auf geht's! Ja, ich habe mich ja eben schon kurz den Laden gezeigt da drin und ich dachte, Philipp, von GearJunk, dem gehört die ganze Kiste hier, wir sitzen hier. Jawohl! Heute! Heute! Heute erst, genau! Öffnungszeiten? Ja, noch erst Dienstag, Hauptwoch und Ammerstag von 17 bis 19 Uhr. Was habt ihr alles für Mangel angeboten? Überwiegend Patches, aber auch ein paar Rucksäcke, vor allem so Patches-Rucksäcke von Branded, der KUKA-Rucksack mit der schönen breiten Patchfläche. Ansonsten ein paar Aviatoren, aber es kommt demnächst weiter, es ist mir den Tiger und Five 11 ins Boot. Ein Erfolg! Also ein paar bekannte Marken, die man halt schon mal gehört hat, unser Branded und so weiter. Auf Five 11 im Tasmanian Tiger freue ich mich riesig. Euch trifft man dann ab 17 bis 19 Uhr hier an, andernfalls. Auf jeden Fall! Kann man aber auch ein paar andere Termine und Uhrzeiten ausmachen mit euch? Natürlich, klar! Einfach per WhatsApp-Belden, das steht auf der YouTube-Seite www.gierjunk.com Und einfach ein Treffen vereinbaren, ob es morgens oder abends. Ganz egal! Ganz klar! Alles klar! GearJunk, reinschauen wollen wir! Faktor Schnitt Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.